EM-Rente 2023 ändert sich etwas am gesetzlichen Restleistungsvermögen bei einer vollen EM-Rente wegen der höheren Hinzuverdienstgrenze. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 1. Januar 2023, das ist ja nun schon ein bisschen bekannt und auch schon ein bisschen her, hat sich die Hinzuverdienstgrenze bei einer vollen Erwerbsminderungsrente von 6.300 Euro auf 17.823,75 Euro im Jahr 2023 erhöht. EM-Rentner und EM-Rentnerinnen, die eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, können also im Jahr 2023 neben dieser vollen Erwerbsminderungsrente anrechnungsfrei 17.823,75 Euro brutto dazu verdienen. Diese Hinzuverdienstgrenze ist ein Jahresverdienst. Also bezogen auf den gesamten Verdienst im Jahr 2023 können Sie, wenn Sie eine volle EM-Rente beziehen, 17.823,75 Euro anrechnungsfrei an diese Rente dazu verdienen. Wer mehr dazu verdient, bei dem wird die Rente dann, was über der Grenze liegt, zu 40% angerechnet. Gott sei Dank gibt es den Hinzuverdienstdeckel bei der EM-Rente nicht mehr. Eine der meistgestellten Fragen ist, ob sich an den Stundenvorgaben für die volle Erwerbsminderung zum 01.01.2023 wegen dem höheren Hinzuverdienst, also anrechnungsfreien Hinzuverdienst, etwas geändert hat. Nach § 43 Absatz 2 hat sich zu der Frage, ob eine volle Erwerbsminderung vorliegt, nichts geändert. Vollerwerbsminderung sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Das heißt, der Gesetzgeber hat die quantitativen Vorgaben, wir sagen im Allgemeinen die zeitlichen Vorgaben, für eine volle Erwerbsminderung nicht geändert, meine Damen und Herren. Grob gesagt liegt volle Erwerbsminderung vor, wenn beim Versicherten ein Restleistungsvermögen von nicht mehr als unter drei Stunden pro Tag bezogen auf eine Fünf-Tage-Woche, also unter 15 Stunden vorliegt. Wenn der Versicherte nicht mehr als die 15 Stunden in der Woche arbeitet und keinen höheren Jahreshinzuverdienst von 17.823,75 Euro im Jahr 2023 hat, dann geht die gesetzliche Rentenversicherung davon aus, dass bei ihm das gesetzlich vorgeschriebene Restleistungsvermögen einer vollen Erwerbsminderung vorliegt. Sie wird dann ohne triftigen Grund nicht prüfen, ob noch bei den Versicherten volle Erwerbsminderung vorliegt. Insoweit hat sich aus meiner Sicht die Rechtslage wegen der Erhöhung der Hinzuverdienstgrenzen ab dem 01.01.2023 im Vergleich zum 31.12.2022 nicht geändert. Wir hatten ja im Jahr 2022 noch einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst von 6.300 Euro bei einer vollen Erwerbsminderungsrente. Wenn es tatsächlich so wäre, dass es eine Änderung des Verwaltungshandelns im Zusammenhang mit der neuen Hinzuverdienstgrenze durch die Rentenversicherung geben sollte, müsste diese bei vielen tausenden Nebenjobbern oder Verdiensten langwierige Überprüfungsverfahren durchführen. Dies wäre mit dem bestehenden Personal der aktuellen, also der Rentenversicherung und den Regionalträgern aus meiner Sicht gar nicht umsetzbar. Aber im Einzelfall kann es auch eine Überprüfung des bestehenden Restleistungsvermögens durchaus geben. Aber immer nur dann, wenn die Rentenversicherung tatsächlich auch Anhaltspunkte hat, dass sich bei dem Betroffenen irgendetwas geändert hat. Deshalb kann ich immer nur sagen, Vorsicht, sicher kann man sich nie sein, dass auch Sie möglicherweise, wenn Sie einen Job machen neben der vollen EM-Rente, nicht in ein Überprüfungsverfahren reingezogen werden. Das ist gut möglich. Und im Übrigen, bitte bedenken Sie auch, in Ihren Rentenbescheiden steht ganz klar drin, dass Sie erstmalige Verdienstmögliche, also erst praktisch die Jobaufnahme oder Änderungen im Verdienst der Rentenversicherung zu melden haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.